dann gehen wir in die food champions hinein und ihr seht ja gerade meine frau die bügt sich die geile stück tut salam bratan was geht los da rein ich hoffe die geht es da draußen ganz gut ich habe mich heute alle monte bisschen schick gemacht du weißt wie schön hier rolex ist ein bisschen schmetterlinge im bauch du weißt was das bedeutet dass wir heute mit liebe diese pegs öffnen ja falls du natürlich gerade reingeschaut hast jetzt in dieser minute drückt man ein bisschen daumen nach wer ja das wäre ganz stark von dir und wenn du neu bist kannst du gerne gleich platonieren weil diese reports werden dich schocken was ich da gezogen habe warum redet er schon in zukunft weißt du schon was er gezogen hat nein aber ich weiß dass sie was gutes ziehen werden und heute veröffnen wir öffnen für öffnen sprachen lernen die die bleibe besser sagt heute öffnen wir auf jeden fall wie gesagt schöne gute gallery words ja wir sind gekommen wieder auf ihren bruder basis auf 3 eine bilanz von 14 5 hatten wir und würde ich sagen dann holen wir zuerst holen wir die rivals ab dann gehen wir in die fuß hinein und ihr seht da gerade meine frau die bügt sich die geile stück so meine freunde wir haben rivals und ich würde sagen weil wir ein bisschen spieler brauchen nehmen wir untauschbar anträge ja zwischen zwei bruder sehr gut zwischen zwei rang zwei zwischen fünf so war das dann müssen wir uns auf jeden fall gleich registrieren jungs falls ihr das vergessen habt macht das ach so geht ja noch gar nicht weil ich muss ja noch die punkte abholen für champions rewards kurze ball sache genau das gleiche gold 3 ehrenbruder basis gold 3 hat uns immer im stich gelassen deswegen lassen wir immer wohl 3 wie es bescheid wenn schlecht dann immer schlecht wir machen so in dem minimum und raus bist du ach so das geht ja gar nicht das geht auch nicht okay ich wollte aber was ganz geiles 3 2 1 wie auch noch zuerst rein ja wenn immer opa opa meccano hat stabile werte können wir auf jeden fall mit arbeiten wir haben hier einen franzosen das bedeutet hier kommt auch der mbp franzose ist klar nicht okay wir nehmen aber kann alles mit 87 ist okay kann man mitnehmen kann man irgendwo eine spc packen wir haben hier 81 87 ist okay ist okay ist okay und ja sieben packs haben wir zur verfügung meine freunde wir werden jetzt richtig giftig eskalieren was mir immer glück gebracht hat immer von links nach rechts zu ziehen ohne irgendwelche wilden materien katerien dies mit dabei work out langsam gehst du und du kommst auch raus okay work out nummer 1 wer hat die 86er kann man mit leben kann man mit leben könnte besser sein dann haben wir basten dost dann haben wir die die ok pack nummer 2 79.000 haben wir jetzt das wird schwierig und spieler zu schließen irgendeinen guten wir brauchen da eine richtig rakete die gabi hatte gesehen wie dick das war wales bitte nicht z m mann du musst rv zeigen rf komische geschichte wir ziehen erstmal diese packs da sind glaube ich die besten also sieht aber nicht so danach aus sieht nicht so und gottes willen stürmer zapata die ganze materie sieht nie so lecker aus also ich glaube das wird einfach nur bei einem workout bleiben wie es ausschaut wenn haben wir da z die ok blind ach du jemini los 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 dabei noch aus dabei noch nahm bringen ich will mal einmal was richtig heftiges sehen frankfurt trap mal komm gib haras schon daher so ein bisschen gut work out hätten ein buch das ist die mit was soll ich mit verrati anfangen der ja was das verpägt was ist das verpägt ein wort man gut erst nicht so lecker komm ein bohrkott muss garantiert noch kommen zwei macht was das stürmer was ist das budimir budimir ich wollte wenigstens irgendeinen harland oder so haben nein 86 ergeben mir nicht die geben mir so einen beschissenen budimir ja was soll ich mit dem der kann gleich abgestoßen werden ja und hier noble dann haben wir ein tadic was das ist einfach nur schmutz das ist müll aber wenn wir was das ist jungs wir machen mal so wir haben hier noch paar spcs die verpacken wir auch jetzt und alles in ein video ja ich mach mal kurz die spcs hier fertig und dann sehen wir uns gleich so meine freunde ich habe jetzt spcs abgeschlossen wir haben noch genau diese packs die werden wir jetzt mal versuchen mal zu ballern wir fangen wir jetzt mal von rechts an wir haben rewards von links nach rechts gemacht jetzt machen wir von rechts nach links mal gucken ob was bringt das ganze oder nicht das sieht schon mal schade ich dachte das wäre nicht schlecht wir haben hier portugal set die das kann ja nicht sein ja wir müssen hier auf jeden fall mal irgendwas richtig geiles mal ziehen rewards nicht so lecker seltenes elektrom spieler pack booyah booyah bitte gebt mir was gutes ein walkout bitte nicht italien nehm ich mit nehm ich gut handanovic letzte woche inform jetzt 88er handanovic und guck mal sein trikot an ah siehste ich habe genießt er fällt um handanovic 88 können wir mitnehmen ist okay drei packs und dann sind wir schluss im thema dann haben wir keine pack klack richtig gut gehabt walkout walkout frankreich tv lori ja walkout toyota haben wir drauf wir haben jetzt den dritten walkout ja oh brak dancer nach vvv freestyler stabil noch ein 88er kann man sich nicht beklagen nicht beschweren aber dahinter ist immer mull mal gucken ob wir da genauso viel glück haben nein nein fährt nicht mal rein ins stadion rv tripier den haben wir schon so letztes pack jungs und dann war es das ganze geschichte ich hoffe du hast geliked ich hoffe du hast abonniert platoniert und jetzt letztes pack auf nacken ich glaube das letzte pack wird uns nicht auseinander nehmen ich habe das gefühl habe ich doch gesagt stürmer jawohl nun sitzt der diego sosa meine freunde das war es mit dem video falls euch das gefallen hat oder nicht daumen nach oben daumen nach oben das war es nur vielen dank fürs zuschauen und tschüss schnack 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 das war es zang schnack Untertitelung des ZDF, 2020